Guten Tag, ich hab guten Tag gesagt. Hast du einen Namen? Ach, vielleicht kannst du noch gar nicht sprechen. Hä? Hä? Weißt du denn gar nichts? Langhälse reden nicht mit, egal was du bist. Ich bin auch ein Langhals, siehst du? Und ich hab einen langen Schwanz, wie du. Na gut. Ich bin kein langer Hals, ich bin ein breit Maul. Aber ich bin ganz allein, ganz allein. Ich hab meine Familie bei den großen Erdbeben verloren. Willst du mit mir gehen? Ja. Oh ja, ja, ja. Will ich, will ich. Also gut, komm mit. Aber du darfst nicht zurückbleiben. Ich bleib nicht zurück, bestimmt nicht. Wo gehen wir denn hin? Zum großen Tal. Ich mache erst Halt, wenn ich meine Großeltern gefunden habe. Glaubst du, meine Familie ist auch zum großen Teil gelaufen? Vielleicht. Meine Mutter hat gesagt, alle Herden würden dorthin gehen. Ach, hoffentlich, hoffentlich, hoffentlich. Mein Name ist Lidlfurt. Und ich heiße Ducky. Ja, so heiß ich. Ja, ja, ja. Die Linie triffst du nicht, sonst bist du raus, du Wicht. Mein Bäuchlein redet. Meins auch. Ich bin gespannt, wie das wohl schmeckt. Der Baum spricht ja. Nein, das macht er nicht. Du sollst keine sprechenden Bäume fressen. Nein, nein, nein. Ah! Wer bist du denn? Mein, 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 mein Name, Petri. Petri, hä? Komischer Name. Ich bin gefliegt? Nein, gefallt. Ich bin gefallt. Du konntest nicht fliegen, aber wie bist du denn da raufgekommen? Ich kletter. Aber du bist ein Flieger, kein Faller. Schwere Sache fliegen. Das glaube ich dir, wir können das nicht. Nein, wir können das ganz sicher nicht. Du bist du hin. Wenn du mit dem chose comentarinen, doch bist du. Sprechst du auf den Characci.